Die Aktienmärkte erreichen neue Allzeithos, es wurden wieder wichtige Signale ausgelöst und nächste Woche werden die Quartalszahlen von Nvidia veröffentlicht, die natürlich über die weitere Entwicklung der Märkte entscheiden werden. Wir waren bisher den Märkten einen Schritt voraus und konnten zum Glück gemeinsam echt gutes Geld verdienen. Deswegen habe ich auch wie versprochen die letzte Woche damit verbracht, Daten und Fakten zu sammeln, die wir jetzt gleich gemeinsam Schritt für Schritt durchgehen werden. An der Stelle möchte ich mich nochmal bei euch für diesen sehr, sehr krassen Support bedanken und solltet ihr sagen, hey, die Daten und Fakten, die helfen mir tatsächlich weiter, ich finde das interessant, was der Typ hier erzählt, dann könnt ihr mich gerne jetzt komplett kostenfrei unterstützen. Einfach nur einen Daumen nach oben da lassen, Kanalabonnier mit Glocke, dauert nur eine Sekunde und schreibt mal sehr gerne eure Meinung zu den Märkten unten in die Kommentare. So, dann lasst uns wie immer keine weitere Zeit verschwenden und sofort starten. Vorher aber noch ganz kurz mein Disclaimer, alles was ich sagen werde ist nur Entertainment. Und jetzt starten wir einfach mal mit dem ersten Signal, beziehungsweise mit dem ersten Indikator. Das ist der Williams Oscillator und wenn der an den Märkten ausgelöst wird, in dem Beispiel beim S&P 500, dann ist es extrem bullisch. Und ich weiß, alles was ich sage ist natürlich nur Entertainment. Trotzdem hoffe ich sehr, dass alle von euch in den letzten Wochen investiert geblieben sind in den Märkten, vor allem auch in den Kryptomärkten und eventuell, so wie ich, auch nochmal nachgekauft haben. Denn während dieser Korrekturphase war es ja wirklich sehr turbulent. Die einigen hatten auf einmal extreme Ängste. Mit vielen von euch habe ich auch per Mail geschrieben. Ich habe spontan nach meiner Arbeit sogar Livestreams gestartet. Die machen mir übrigens am meisten Spaß. Ich feiere das, mit euch mich persönlich auszutauschen. Das ist einfach so der beste Part generell von diesem ganzen Internet-Zeugs. Das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Und jetzt im Nachhinein haben ja auch viele von euch jetzt mitbekommen, manchmal ist es einfach am besten, entweder nachzukaufen oder halt gar nichts zu tun, einfach nur abzuwarten. Und deswegen haben ja auch viele von euch geschrieben, hey, das Depot ist wieder extrem im Plus und einige konnten jetzt sogar abcashen. Ich drücke jedem Einzelnen die Daumen, dass wir jetzt in diesem Jahr 2024 wirklich große Gewinne machen werden. Ich habe ja auch das eine oder andere Kaufsignal euch schon mal gezeigt, um einfach nur zu beweisen, hey Leute, ich bin immer noch bullisch. Und teilweise sind diese Sachen ja auch nochmal durch die Decke gegangen. Also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen hier zum Williams Oscillator, dann sehen wir jedes einzelne Mal, wenn dieser Indikator ausgelöst wird, dann steigt daraufhin der S&P 500 bzw. die Rallye wird fortgeführt. Also jedes Mal, wenn wir sehen, dass dieser Indikator aus dem Überverkaufsbereich innerhalb kürzester Zeit in den Überkaufsbereich switcht, dann ist das ein Kaufsignal. Und das letzte Mal konnte man das zum Beispiel hier sehen, Ende Oktober 2023, während dieser großen Korrekturphase. Der eine oder andere OG von euch erinnert sich noch daran, dass ich gesagt hatte, hey, wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Dip in einem Bullmarkt. Wir sind nämlich aktuell in einem Bullmarkt, da werde ich später nochmal drauf eingehen. Und daraufhin sah man ja auch, dass der S&P 500 wirklich sehr, sehr stark anstieg. Dieses Signal wurde jetzt noch einmal ausgelöst. Ich habe jetzt auch noch eine Statistik vorbereitet, die wir uns jetzt auch nochmal anschauen werden, denn es ist natürlich jetzt im Chart erkennbar gewesen, jedes Mal, wenn dieses Signal ausgelöst wird, dann steigt der S&P 500. Aber hier sehen wir es auch wirklich einmal in einer Statistik, wie hoch ist denn überhaupt die Winrate, vor allem auch, wenn man dann die zeitliche Komponente mit betrachtet. Dann sehen wir, einen Monat später hat man zumindest eine 76-prozentige Winrate und ein Jahr später hat man eine 87-prozentige Winrate. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 87,5 Prozent, dass der S&P 500 in einem Jahr höher stehen wird, als das, was wir jetzt aktuell sehen. Und dementsprechend bleibe ich auch weiterhin investiert. Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter, dann haben wir hier nochmal ein bullisches Signal, und zwar den Risk-On und Risk-Off-Indikator, den ich auch schon mal in alten Analysen immer wieder aufgriff. Und hier sehen wir auch ein ähnliches Szenario. Das sagen wir auch zum Beispiel, wie gesagt, im Oktober 2023. Wenn wir aus dem Überverkaufsbereich in den Überkaufbereich switchen, dann ist das ein Kaufsignal. Und genau das sahen wir jetzt zum Beispiel in diesem Dip, in dieser Korrektur, die natürlich relativ schnell war. Also das war eine sehr, sehr kurze Kaufgelegenheit für die meisten. Deswegen sage ich ja auch, jetzt in einem Bull-Markt auszusteigen, ist meiner Ansicht nach komplett verrückt. Aber wie gesagt, das muss jeder selbst entscheiden. Und wir sind jetzt hier auf jeden Fall nochmal in den Überkaufbereich geswitcht. Das würde bedeuten, wir sind jetzt aktuell immer noch in einem Risk-On-Umfeld und deswegen macht es keinen Sinn, jetzt auszusteigen. Schauen wir uns jetzt noch einmal hier die Money-Markt-Fonds an, also die Geldmarkt-Fonds. Dann sehen wir, dass jetzt aktuell wirklich extrem viel Liquidität an der Seitlinie steht. Auf der einen Seite könnte man natürlich jetzt sagen, okay, uns steht jetzt eine große Rezession und ein großer Crash bevor. Denn das gleiche Szenario sahen wir ja auch zum Beispiel hier im Jahr 2008, 2009 oder auch zum Beispiel hier im Jahr 2000, weil dort auch sehr viel Liquidität an die Seitenlinie gestellt wurde für den ganz großen Crash. Könnte natürlich auch der Fall sein, aber es gibt natürlich auch ein anderes Narrativ. Wenn wir jetzt bedenken, dass sehr viel Liquidität in die Märkte gepumpt wird in nächster Zeit und die Zinsen werden gesenkt, dann kann man natürlich auch selbst nur vermuten, was passieren würde, wenn auch nur ein Bruchteil von dieser Liquidität in die Märkte fließen würde. Also wenn wir uns jetzt diese Geldmarkt-Fonds hier nochmal anschauen, wenn ein Teil von diesen nochmal in die Märkte fließen würde, in die Aktienmärkte, in die Kryptomärkte, dann Valhalla, Leute. Also dann wird es auf jeden Fall wirklich durch die Decke gehen und ihr seht es auch hier zum Beispiel, wenn wir uns einmal anschauen, wie sich bisher ja die Prognosen bezüglich der Zinsentwicklung entwickelt haben, dann sehen wir, ja, man war Anfang des Jahres schon wirklich sehr, sehr euphorisch und ging davon aus, dass wirklich sehr früh die Zinsen gesenkt werden würden, was natürlich falsch war. Jetzt aktuell geht man davon aus, dass es eher zum Ende des Jahres passieren wird. Man geht jetzt davon aus, dass eventuell zweimal die Zinsen gesenkt werden, also ein bis zwei Zinssenkungen werden wir in diesem Jahr sehen. Aber ich persönlich, wie gesagt, hatte ja schon letztes Jahr gesagt, ich tippe auf Juni. Könnte sein, dass ich falsch liege, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass wir es dieses Jahr bekommen werden. Es wird viele kalt überraschen und die Märkte haben noch sehr, sehr viel Upside vor sich, was die meisten einfach ja noch nicht so ganz greifen und viele haben einfach eben Angst und steigen komplett mit den Portfolios aus. Ich werde auf jeden Fall weiterhin investiert sein. Wie gesagt, mein Kryptoportfolio ist dieses Jahr wirklich explodiert. Ich habe ja mein Portfolio schon auf der Webseite geteilt. Also es ist jetzt auch nicht mehr normal, wie viel Prozent, also Prozentanteil von der Gewichtung her, der meinen Kryptoanteil in meinem Portfolio ausmacht. Und das werde ich auf jeden Fall im nächsten Jahr dann anpassen müssen. Bis dahin versuche ich das natürlich noch so effizient wie möglich zu spielen. Ich habe zwischendurch auch auf Twitter geteilt, dass ich auch noch viel an Trades rumexperimentiere mit verschiedenen Hebeln bei BitGet. Aber auch da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das Ganze so ja wirklich nachhaltig funktioniert. Also wenn wir uns jetzt hier einmal anschauen, wo wir uns jetzt aktuell befinden anhand der Verschuldung. Das ist jetzt hier das Margin-Debt-Modell. Dann sehen wir, wir sind jetzt gerade aktuell im neutralen Bereich. Man sieht das zum Beispiel sehr, sehr schön hier vor der Krise im Jahr 2008 oder wie gesagt vor der Bubble im Jahr 2000, dass dort die Leute komplett gehebelt loggen gingen, weil man einfach davon ausging, okay, man wird jetzt reich. Es kann nie wieder nach unten gehen. Und das ging dann logischerweise schief. Und genau das Gegenteil ist natürlich, wenn man jetzt hier sich im unteren Bereich befindet, dann nimmt gar keiner Hebel auf, keiner tradet, keiner macht irgendwas und dann steigen die Märkte dann auch wieder nachhaltig nach oben. Jetzt aktuell sind wir, und das habe ich ja auch schon 2023, als viele von einer riesigen KI-Blase sprachen, immer wieder gesagt, nein, wir sind noch nicht in einer Blase. Zumindest so laut meiner Meinung und den Daten, die ich euch hier schon seit, keine Ahnung wie lange, präsentiere auf diesem Kanal. Genau das Gleiche auch natürlich beim Bitcoin. Während viele sagten bei 20.000, hey, der wird komplett auf Null fallen oder crashen auf 10.000, habe ich nachgekauft, habe das hier veröffentlicht. Und siehe da, es hat tatsächlich funktioniert. Also aktuell immer noch alles im grünen Bereich. Beim Donjance haben wir jetzt gesehen, dass die 40.000 geknackt wurden. Einige haben geschrieben, oh nein, 40.000 geknackt, ist das jetzt vielleicht das Ende? Wir haben wieder ein neues Allzeithoch. Geht es von hier aus nach unten? Und an der Stelle muss man aber ganz klar sagen, wenn man sich jetzt hier zumindest die reinen Wahrscheinlichkeiten anschaut, was passierte jedes einzelne Mal, wenn wir solche signifikanten Level durchbrachen beim Donjance, 10.000, 20.000, 30.000 und jetzt 40.000, dann wird man erkennen, hier unten bei den Statistiken, 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir weiter steigen werden. Und wenn man sich das hier auch nochmal anschaut, eine andere Statistik, dann wird man auch hier erkennen, normalerweise diese Allzeithochs, die kommen in solchen Clustern, also das heißt alle zusammen sehr nah beieinander, dass wir quasi Allzeithoch auf Allzeithoch auf Allzeithoch dann eben bilden und nicht, wir erreichen ein Allzeithoch und alles fällt dann auf einmal in den Keller. Also kein Grund zur Panik, nur weil die Märkte auf einmal sich wieder im Allzeithoch befinden, aber ich weiß natürlich, die Medien nutzen sowas aus, um wieder die Ängste von den Leuten zu schüren. Und jetzt kommen wir zum interessanten Part und zwar, ob wir uns jetzt aktuell in einem Bullenmarkt befinden, ja oder nein und ich selber habe ja schon sehr, sehr oft gesagt, meiner Ansicht nach befinden wir uns in einem Bullenmarkt und hier sehen wir auch ganz klar, es wurde ein Signal ausgelöst, dass wir uns natürlich innerhalb dieses Bärenmarktes dann irgendwann anfingen zu erholen. 2022 haben die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen, die zumindest da schon am Start waren. Wir hatten einen Bärenmarkt, danach fing der Markt an sich zu erholen und normalerweise, wenn wir uns erholen, dann ist es eigentlich auch sehr unwahrscheinlich, dass wir sofort dann quasi, nachdem wir uns dann in einen Bullenmarkt bewegt haben, sofort wieder zu einem Bärenmarkt wechseln. Ist sehr, sehr unwahrscheinlich und deswegen macht es auch, wie gesagt, meiner Ansicht nach immer noch keinen Sinn, dann eben Panik zu schieben. Davon sind wir noch weit entfernt. Klar, wir werden auch gleich uns ein paar negative Daten anschauen. Es kann jederzeit sein, dass alles wieder umkippt, aber darauf muss man halt natürlich generell immer vorbereitet sein, wenn man investiert. Schauen wir uns die Utility Fund Floors an. Also das sind einmal die Fonds, die in Versorgungsunternehmen investieren. Dann sehen wir auch, dass die auf einmal sehr stark angestiegen sind. Also wenn in Versorgungsunternehmen investiert wird, dann ist das normalerweise ein Signal, dass die Wirtschaft sehr stabil ist und weiterhin boomen wird. Wenn wir uns jetzt hier noch einen Schritt weiter bewegen und uns einmal hier anschauen, wie sich die Gehälter entwickelt haben im Vergleich zum PCI, also zu den persönlichen Verbraucherausgaben, dann sehen wir, die Gehälter haben sich deutlich besser entwickelt. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass man jetzt auch sehen kann, dass die Konsumenten so stark sind und auch weiterhin jetzt mehr und mehr konsumieren, was sich auch wiederum in den Quartalszahlen der einzelnen Unternehmen widerspiegelt. Also dementsprechend ist es jetzt aktuell eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit, weiterhin in Unternehmen zu investieren, in Aktien zu investieren, sich andere gute Unternehmen zu finden, die vielleicht in letzter Zeit geschwächelt haben, aber wo dann der Konsument natürlich wieder zurückkommen wird und das würde sich dann auch in den Quartalsergebnissen und somit auch in den Aktienkursen dieser jeweiligen Unternehmen dann widerspiegeln. Schauen wir uns den Russell 2000 an. Ich weiß, viele von euch sind auch in Small Caps investiert. Da hatten wir auch schon die eine oder andere echt gute Bewegung erwischen können. Und so sehen wir auch hier, dass hier die PE-Ratio sich aktuell eigentlich noch ganz entspannt knapp unterm Durchschnitt bewegt, wird aber meiner Ansicht nach weiter nach oben steigen. Also wir hatten hier natürlich ein sehr, sehr attraktives PE-Verhältnis, komplett im Bärenmarkt, im absoluten Tief. Es steigt jetzt aber aktuell nach oben. Wir wissen ja, die Magnificent Seven haben den Markt geleitet. Das ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich, wie das immer wieder in den Medien dargestellt wurde, dass ein neuer Bull-Markt beginnt mit nur ein paar Unternehmen, denn die stärksten Unternehmen leiten sowas normalerweise auch ein. Und dann natürlich, wenn dann die Zuversicht der Leute, der Investoren zurückkommt, dann steigen die dann auch wieder in solche kleineren Unternehmen ein, die vielleicht dann eben auch ein höheres Risiko bürgen. Und wie gesagt, Russell 2000 meiner Ansicht nach wird sich auch hier die PE-Ratio nach oben bewegen. Dann wird das irgendwann auch überhitzt sein und dann sollte man dann auch wieder aussteigen. Nächste Woche stehen jetzt die Earnings an, also die Quartalsberichte. Für mich persönlich sticht hier einmal Nvidia hervor, denn natürlich werden alle darauf achten und sollten dann auf einmal die Ergebnisse nicht so zufrieden sein, zufriedenstellend sein oder vielleicht auch die Prognose für das nächste Quartal, für das gesamte Jahr nicht so positiv sein. Dann könnt ihr davon ausgehen, die Märkte werden einen richtig miesen Schlag abbekommen. Da würde ich darauf aufpassen. Und Snowflake interessiert mich persönlich auch, wobei ich da jetzt aber nicht allzu ängstlich bin. Also sollte die Aktie abgestraft werden, dann ist es für mich persönlich als langfristiger Investor kein großes Ding. Aber wie gesagt, das muss jeder selber entscheiden. Übrigens, wenn man sich jetzt aktuell die Entwicklung von Nvidia mal anschaut, dann wird man sehen, das ist einfach nicht mehr normal. Also man geht auch weiterhin davon aus und man muss halt überlegen, Nvidia ist schon ein riesiges Unternehmen. Aber hier geht man weiterhin davon aus, dass der Umsatz, die Gewinne, alles weiter steigen wird. Nvidia ist aber auch so oder so ein extrem starkes Unternehmen. Also auch wenn man sich einmal die Rentabilität des investierten Kapitals und die Eigenkapital-Rentabilität von Nvidia anschaut, das ist wirklich bombastisch. Und zusätzlich weiten die aktuell auch noch die Margen aus. Also bei dem Unternehmen kann man tatsächlich nicht klagen. Ich denke auch über die nächsten fünf Jahre ist Nvidia perfekt aufgestellt. Und wenn dann Dips kommen oder Korrekturen, dann sind das meiner Ansicht nach Kaufgelegenheiten. Wenn wir uns jetzt übrigens nochmal anschauen, wie sich jetzt aktuell die Quartalsergebnisse entwickelt haben, dann sehen wir auch hier im zweistelligen Bereich ist jetzt aktuell das Wachstum. Dementsprechend kann man auch davon ausgehen, dass der S&P 500 sich noch eine ganze Weile nach oben bewegen wird. Und man geht sogar davon aus, dass sich das Ganze auch ins Jahr 2025 noch reinbewegen wird. Wie gesagt, sollte es jetzt ein längerfristiger Bullenmarkt werden, dann müssen wir uns zumindest am Aktienmarkt keine Sorgen machen, dass 2025 der ganz große Crash kommt. Da müssen wir trotzdem drauf aufpassen. Aber sollte es dieser Bullenmarkt sein, dann werden wir noch ein paar Jahre haben. Viel wichtiger wird für mich persönlich das Thema Krypto sein, dass man dann auch da schafft, dann eben das Geld zu rotieren und dann eben woanders zu platzieren. Was natürlich jetzt aber an der Stelle vielleicht nicht so positiv ist, und deswegen wollte ich das auch hier mal mit reinnehmen, jetzt einfach nicht nur positive Daten euch zeigen, sondern auch natürlich die Tücken, die sich irgendwo verstecken, ist einmal die Erwartungshaltung der ganzen Investoren. Denn wir sehen hier zum Beispiel, jetzt aktuell gehen nicht mehr so viele davon aus, dass wir jetzt eine Rezession bekommen werden. Nur ganz wenige gehen davon aus, dass wir ein Hardlanding, also eine Rezession bekommen werden. Und normalerweise, ja, wissen wir ja alle, die meisten täuschen sich. Deswegen könnte es genau andersrum kommen. Darauf müssen wir eingestellt sein. Und wir sehen natürlich hier genau, als wir uns fast am Boden befunden hatten, 2022, haben alle nach Rezession gegoogelt. Da waren die Leute sehr pessimistisch, sehr bärisch. Genau das ist normalerweise der Moment, wo man einfach einsteigen muss, wenn Leute schon von Insolvenzen sprechen. Ich weiß, fühlt sich echt scheiße an, aber trotzdem investieren. So funktioniert das halt normalerweise, wenn man zumindest den Warren Buffett Style dann eben verfolgen möchte. Und genau das Gegenteil ist natürlich hier zum Beispiel 2021, wenn dann keiner sich für das Thema Rezession Crash interessiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit dann hoch, dass es genau so kommen wird. Und hier sehen wir es auch, jetzt aktuell ist es sehr, sehr niedrig. Könnte also ein Indiz dafür sein, dass es vielleicht noch schlimmer wird. Und wenn wir uns jetzt aktuell die Versäumnisse anschauen bei den verschiedenen Kreditarten, also Kreditkarte oder auch zum Beispiel Auto oder auch zum Beispiel Hypothekendarlehen, dann sehen wir, klar, wir sind jetzt noch nicht in diesem gefährlichen Szenario, wie zum Beispiel 2008, 2007, wo es jetzt wirklich raketenmäßig nach oben stieg. Aber man sieht hier so einen kleinen Spike nach oben. Darüber hatten wir auch schon früher gesprochen, auch letztes Jahr. Es entwickelt sich weiterhin so ein bisschen nach oben. Und da müssen wir wirklich ganz genau darauf aufpassen. Meiner Ansicht nach muss die Fed langsam, aber sicher die Zinsen senken. Könnte natürlich auch wieder so ein Sell-the-News-Event werden. Aber sollte die Fed die Zinsen senken, dann werde ich persönlich fleißig nachkaufen. Für mich sieht es dann eher bullig aus. Und ich werde aufpassen, dass egal was passiert, mich jetzt nichts aus diesen Märkten rausschüttelt. Und da viele von euch sich ja auch für China interessieren, beziehungsweise für China-Aktien, habe ich hier auch noch einiges vorbereitet. Ich habe ja schon vor einiger Zeit euch einmal gezeigt, dass beim Hang Seng ein sehr bullisches Signal ausgelöst wurde. Jetzt sah man auch, dass einige chinesische Aktien auf einmal nach oben stiegen. Die waren ja auch schon wirklich sehr, sehr stark abverkauft. Ich persönlich bin dort nicht investiert. Aber Leute, man kann auch nicht alles haben. Ich bin nicht Ash Ketchum. Ich muss jetzt nicht alle Pokémon oder alle Aktien, alle Kryptowährungen fangen. Ich habe schon jetzt einiges in meinem Portfolio. Und alleine das, neben der Arbeit und neben YouTube, verlangt mir wirklich schon alles ab. Deswegen, man muss nicht überall mit dabei sein. Macht lieber ein bisschen weniger, aber dafür dann ordentlicher. So zumindest mein Motto. Auf jeden Fall, wenn wir uns hier das aber anschauen, dann sieht es jetzt aktuell bei China A-Shares und MSCI China so aus, als wäre dieser Support immer noch gehalten worden. Wir hatten hier diesen Aufwärtstrend, der kurz nach unten gebrochen wurde. Wie gesagt, Support wurde aber gehalten. Jetzt sind wir wieder back im Trend. Also das sieht schon sehr, sehr cool aus. Also sieht für mich weiterhin sehr bullisch aus. Muss ich einfach so sagen. Und auch, wenn wir uns jetzt zum Beispiel einmal anschauen, wie das Short-Interest aussieht. Also ja, die Leute sind immer noch sehr bärig und die Leute wollen immer noch shorten. Und normalerweise, ihr wisst es selber, wenn da die ganze Zeit schlecht drüber gesprochen wird, dann ist es eigentlich ein Signal dafür, dass es noch weiter nach oben steigen wird. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass wir dieses Jahr, weil China ja auch schon gesagt hat, die werden auch Liquidität in die Märkte pumpen. Ich gehe davon aus, dass wir bei vielen chinesischen Aktien eine Erholungsrallye bekommen werden, wie ich ja schon vor einer Zeit auch gesagt hatte. An der werde ich persönlich höchstwahrscheinlich nicht teilnehmen. Wie gesagt, es ist mir einfach viel zu viel. Ich persönlich habe da auch keine Zeit oder keine Lust, mich da jetzt noch reinzulesen, in die einzelnen Unternehmen da noch reinzubasteln. Aber wenn ihr da drin seid, dann solltet ihr das auf jeden Fall berücksichtigen. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ich drücke jedem von euch auf jeden Fall die Daumen. Sagt mir mal, wie ihr positioniert seid beziehungsweise was ihr glaubt, was an den Märkten demnächst noch passieren wird. Schreibt das einfach mal unten in die Kommentare. Wir werden gleich auch noch im Livestream ein bisschen quatschen. Und wie immer, wenn euch das Video geholfen und gefallen hat, dann könnt ihr mich jetzt unterstützen, komplett kostenfrei. Das würde mich sehr, sehr freuen. Die Videos nehmen schon echt einiges an Zeit in Anspruch. Einfach nur einen Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren mit Glocke. Und für jeden Einzelnen, der hier bis zum Schluss durchgehalten hat, vielen lieben Dank.